und bräuchte die Sinks das ist ziemlich gut Hungry, tired ok ähm wenn du ein Bett weiterbaust kannst du da Slebt vorne, Hungry is still wounded Sleightly wounded meine ich so Consumables ok aus Material kann ich das auch machen ähm 2 Make muss noch was zum Anzünden machen der ist immer noch ok der ist Recovering so Cooked Food der Simpel guckt mir was da untersteht Make So dann kannst du dich ja erstmal hinlegen wenn du Hungry bist kannst du dir ein Essen nehmen und dich dann auch hinlegen it'll do for now so du bist auch Hungry und Sick dann kannst du ja hier unten mal weiter buddeln gehen und unten hat auch noch einen angefangen zu buddeln ok ja du hast jetzt scavenged und hast gar nichts mehr vom Essen abgekriegt glaube ich wobei ich müsste noch was machen können oh shit ok dann hat es jetzt erledigt so was kann denn dann baust du halt was Metalworkshop das brauche ich wahrscheinlich ziemlich dringend und packe ich den hin hier place so so Slightly vulnerable Recovering Hungry und Tired deswegen pennst du einfach ich könnte jetzt auch schon auf End Day drücken weil ich ja nichts mehr zu tun habe ok oh wups das war der falsche nein du musst weiterschlafen so hier kannst du was herstellen das ist doch cool jetzt nützt mir doch was ne ich noch mal drei davon die Trichel da kann ich ja alles endlich knacken was sonst noch so offen geblieben ist das da und auch da unten die Tür und so enough sleeping ok dann kannst du Essen machen gehen wobei du kannst mal lieber da hingehen weil du bist ja nicht so ein guter Koch ok ich kann nichts mehr davon herstellen das ist natürlich kacke dann nützt mir das nix wirklich und setze ich einfach mal da oben hin und setze ich einfach mal da oben hin oh Gott brauche ich ja übrigens viel ok das reicht dann auch nicht mehr und Weapons reicht das Holz nie und Schaufel reicht das auch alles nicht ist natürlich kacke ok so slightly sick dann kannst du jetzt da hingehen und du kannst das da machen und dann kann ich ja weitermachen sozusagen im Thema kannst du unten die Tür knacken und der kann sich hinlegen und hoffentlich seine Krankheit mal auskurieren ok recovering eigentlich sehr gut so dann kannst du eigentlich mal dort erstmal weitermachen und dann haben wir ja angefangen ey man, du musst erst dann aber erstmal was zu essen machen das läuft eigentlich relativ gut beim ersten Mal ging es deutlich schlechter oh fuck achso ok make so machen wir mal ein normales essen das hat nur so eine so eine Fleischsuppe ist dann kannst du das nehmen und du kannst mal hier und sich wieder hinlegen ich finde die Musik so übel also die ist gut aber halt so übel im Sinne von ganz schön ganz schön böse ganz schön böse äh wo bist du jetzt aufgestanden geht's noch? oh es fliegen wir so 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 night sleep in bed sleep in bed scavenge night scavenge so abandone so abandone cottage visited supermarket new shelved school this school has been shelved several times unfortunately most of the cattles have collapsed so it might be a good idea to bring a shovel and maybe some other tools they say some homeless people have taken refuge inside the building ok ruined villa they say some people still live there again so they don't want to trade remember as a clown someone is looking at an area remaining under military control but people are still trying to scavenge it for supplies we can expect to meet other scavengers there so it's probably best not to get in their way some doors might be locked the crow work come in handy I'll try that and take that and take that and take that and if all of them don't want to trade I can just scavenge it and the worst of them gonna buy myself a house like this grab all exit I don't need the shit most uses the trash grab all ha halt er ist durchgekommen the war we've lived through a war already ok oh did you hit that enter what a strange visitor ok that's not such a mess because I only come here only when I open it I was hoping you wouldn't come back ok that's not such a mess because I only come here I'm trying to make it open it I was hoping you wouldn't come back I hope you won't come back ok he sees me when I'm here look or what and she will wait until it's later I think why 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 can I see I can see I can see I can see that they will that they will that they will that they will at 11am they will can't sit for the to 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 a a a a so it's it's an to a a Sorry, Leute. I can't scavenge during combat. Okay, das ist mir klar. Hm, wenn ich halt direkt hier runtergehe. Ich muss angreifen. Ich muss angreifen. Moment mal, die bräuchte ich nicht angreifen theoretisch, weil noch ist er ja nix. Hat er was dabei gehabt? Ich muss natürlich jetzt irgendwie einen alten Mann umhauen, das ist natürlich nicht so cool. Das zählt jetzt nicht mehr als Looten oder Steelen, okay. Private Property, okay, alles klar. Oh, hab ich noch mitgenommen. Coffee, Fertilizer, Grip All, Exit. Private Property. Hm, mal gucken. Ja, ich weiß, dass das alles aus Steelen gilt, geht halt jetzt nicht anders. Was ist das? Oh, Moonshine. Okay, ja, okay. Das ist Alkohol, sozusagen. Zigaretten, Grab All, Exit. Ich will jetzt eigentlich weder mich hier durch knacken. Oh boy, ich knack mich jetzt hier durch. Ich will die alte Frau nicht noch. Oh boy. Ich hab dich nicht mehr abgestorben, ich hab sie K.O. geschlagen, würde ich behaupten. Dass sie halt nicht schlafen gehen können, ist doch schrecklich. Oh boy. Where did my husband go? Okay, her. Sie hat mich halt nicht gesehen, ne? Grab All, Exit. Grip All, Exit. Is das da? The letter from Grandpa Bernard to Alan. We are happy to learn that you have come to like living with auntie. The war is not that bad, it's just not fun for children. In fact, they say it will be over soon. So don't worry about us. Grandma is feeling better, she asked me not to tell you, but she is saving some floor to make you those cookies you like. And as for me, well, I promise you to repair the swing when you are back. Okay. Oh, die haben also wirklich eine Familie. Grab All. Die Medis brauche ich aber auf jeden Fall für meine Leute. Ich philosophy auch auf jeden Fall für meine Leute. Daaa, okay, ich kann also nur zwei davon stapeln. Ähhhh. Hm. Uh, die Zeiten sind schwer, wir können nur ein Defusor machen. Ich brauche nicht so viele Bücher. 2-1-1 nach. So, exit. What's going on? Okay, hier ist aber auch nix. Okay. Könnt ihr hier noch Essen finden? Das wäre echt ganz günstig. Dann müssen sie wahrscheinlich mit ihr was aufnehmen. Please call my husband. Much time left. Wasser essen! Can't food. I can't even mention raw food with the time you get used to its taste. Okay. Okay. Zigarette raus. Dann muss ich raw food mitnehmen. Zug hab ich genug. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. So. Ich nehme den Mund schön raus und nehme dafür lieber 10 Wasser mit. Mix it onto the actors. Tschüss. Marco ist zurück. Day 3. So. Nice. Okay. Die nehmen wirklich mit. Das ist krass. Wir haben gebraucht. Wir haben gebraucht. Wir haben gebraucht. Die haben gebraucht. Sie haben gebraucht. Sie haben gebraucht. Und sie hätte gebraucht. Oh nö, oh nö, das ist doch kacke, naja, damit müssen wir dann umgehen in der nächsten Folge, danke fürs zuschauen und bis bald.